Du wirst ja nicht innerhalb von drei Tagen eine komplett andere Mannschaft auf dem Platz haben. Und du wirst ja auch nicht deine Spielweise oder deine Art der Spielweise komplett verändern. Ich glaube, das ist dann schwer möglich. Und deswegen geht es ja auch, und das machen wir an den Spielen vorher auch. Also wir richten uns ja, oder wollen uns so wenig wie möglich nach dem Gegner richten. Deswegen geht es ja um unsere Prinzipien. Was wollen wir erkennen? Und gerade auch, welche Stärken hat Bielefeld? Die werden es ja auch dann in unserem Spiel haben. Sie sind sehr aggressiv und sehr, sehr gut im Anlaufen. Im letzten Spiel im 4-4-2 haben die Bayern sehr, sehr wenig Räume gehabt, sehr enge Räume gehabt. Es gab viele Eins-gegen-eins-Situationen in der letzten Reihe. Oder wenn man sich immer wieder auch dann gut in Szene gesetzt hat. Das ist also schon immer eine Gefahr, die da wirkt. Und trotzdem haben wir es ja gerade im Hinspiel gesehen, wie gut sie anlaufen können, wie aggressiv sie anlaufen können.